Das nachfolgende Programm wird Ihnen präsentiert von der Volksbank in Osterholz-Schambeck. Heiße Samba-Rhythmen, tausende Lichterlaternen und Feuer sorgten am Samstag für Riofeeling in Penningbüttel. Mit dem vierten Samba-Moonlight-Move wollten die Mitglieder der Samba-Gruppen Las Estrellias und Samba Lamor die Nacht zum Tag machen. Und sie haben es auf ihre einzigartige Art und Weise geschafft. Bunte Menschenzüge brachten die 2000-Seelen-Ortschaft von Osterholz-Schambeck in Wallung. Der große Hingucker selbst war der umgestaltete Samba-Wagen des SV Komet Penningbüttel. Was noch vor drei Jahren mit einer witzigen Idee begann, hat sich inzwischen zu einem Groß-Event entwickelt, welches weit über die Stadtgrenzen bekannt ist. Noch größer, noch toller, noch bunter. Das war das Ziel des 25-köpfigen Organisationsteams. Und mit der Volksbank Osterholz-Schambeck als Partner konnten diese Visionen auch umgesetzt werden. Die Mischung aus Samba-Karneval und Laternenfest kam bei Jungen Alt sehr gut an. Sogar aus Osnabrück und Stade sind Musiker extra angereist, um sich das Event nicht entgehen zu lassen. Nach dem großen Umzug ging es auf dem Sportplatz mit einer gewaltigen Feuer- und Samba-Show weiter. Und weiter ging dort auch das Feiern bis in die späten Abendstunden. Ein großer Erfolg für das hochmotivierte Organisationsteam. Und mit Sicherheit planen die bereits schon jetzt das 5. Jubiläum im 2014. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.